Die Personaldienstleistungsbranche hat ein Imageproblem. Die anderen Branchen aber haben auch eins. Sie sind zu unflexibel und damit angewiesen auf jene, die schnell da sind, wenn plötzlich Bedarf ist. Die richtigen Ressourcen, das nötige Wissen, die gebrauchten Kompetenzen zur rechten Zeit. Warum CompuSafe glaubt, mit Agile Sourcing die passenden Antworten zu haben? Darüber wollen wir reden. Mein Name ist Ralf Czapanski. Willkommen bei The Business Debate. Ralf Kreis, CompuSafe, das hieß vor rund 30 Jahren mal Systemhaus, dann Personaldienstleistung, jetzt Agile Sourcing. Sind das neue Namen für ein altes Problem? Agile Sourcing thematisiert vielmehr, dass sich die Probleme und die Ursachen, die zu diesen Problemen geführt haben, im Laufe der Zeit fundamental verändert haben und auch durchaus andere Antworten in der heutigen Zeit brauchen. Die Digitalisierung oder auch Vernetzung und Automatisierung stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Noch nie hat ein Megatrend für so viel potenzielle Veränderung, aber auch für Unsicherheit gesorgt. Und diese Unsicherheit hängt viel damit zusammen mit der Fragestellung, welches Know-how habe ich im Unternehmen und welche Manpower hilft mir überhaupt, die Herausforderungen auch tatsächlich zu lösen. Und hier setzt das Thema Agile Sourcing an, denn es geht um die Frage, wo bekommt man am Ende die richtigen Ressourcen in der richtigen Mischung her? Und ist das auch drin, was außen drauf steht? Agile Sourcing an sich subsumiert ein neues Lösungskonzept, das jetzt nicht unmittelbar komplex ist, sondern am Ende eigentlich ein guter, gesunder Menschenverstand. Und wie gesund ist dieser Menschenverstand, wenn es dann darum geht, was die Belange der Menschen anbetrifft? Das geht ja nicht nur um ein Geschäftsmodell, das geht um Lebenswelt. Die große Herausforderung ist die Agilität, die auch tatsächlich in den unterschiedlichen Ebenen, nämlich zum einen auf der Ebene derjenigen, die Arbeit nachfragen, sprich die Unternehmen, auf der anderen Seite die, die Leistung Arbeit anbieten, sprich die Menschen, die arbeiten. Diese unterschiedlichen Entwicklungen, die nicht zueinander passen. Dass die Arbeit in Zukunft einem fundamentalen Wandel unterliegt, steht heute außer Frage. Wenngleich ich immer noch das Gefühl habe, man nimmt es nicht wirklich ernst, es geht uns ja gut. Wir sprechen aber von einem fundamentalen Fachkräftemangel. Wir sprechen von Berufsbildern, die es nicht mehr oder so wie sie heute sind, in Zukunft nicht mehr geben wird. Ohne mich jetzt an der Diskussion über Prozentzahlen zu beteiligen. Wir sprechen über fehlende Skills und fehlendes Personal, einhergehend mit der Frage der Demografie. Wie viele Menschen, wie viele Hochschulabsolventen haben wir noch in der Zukunft? Wie viele Menschen sind überhaupt noch im arbeitenden Bereich zwischen 20 und 65 Jahre? Sie sprachen von Lebenswelten. Wenn ich heute in die Generation reinschaue, dann organisiert die nicht nur nachwachsende, sondern bereits bestehende Generationen, Arbeitsgenerationen, ihr Leben neu. Arbeit wird mehr um das Leben herum organisiert als umgekehrt. Sinn und Impact stehen im Vordergrund. Und inwiefern bietet der von Ihnen beschriebene Agile-Sourcing-Ansatz da wirklich auch eine Lösung? Zunächst mal gehen wir bei unseren Sourcing-Überlegungen von drei unterschiedlichen Quellen, Sourcing-Quellen aus. Ganz pragmatisch gedacht. Zum einen ist das die ganz klassische, nennen wir es mal Personaldienstleistung oder Staffing-Solutions, wie man es neudeutsch gerne auch sagt, dass man die richtigen Personen findet, auch unterschiedliche Sourcing-Konzepte und möglicherweise Sourcing-Quellen anzapft, um an das notwendige Personal und die notwendigen Kompetenzen zu kommen. Die zweite Ebene oder der zweite Bereich sind aber auch die Zusammenarbeit mit Partnerfirmen, die sich spezialisiert haben auf die genannten Einzeldisziplinen. Und zum anderen geht es auch darum, dass man das Thema Requalifizierung, Weiterbildung als ein Sourcing-Thema betrachtet. Ein Sourcing-Thema, was eine strategische Relevanz hat für ein Unternehmen. Und das ist für uns das Zweite. Und letztendlich ist dann die passende Lösung immer eine Mischung, quasi die richtige Rezeptur für eine Lösung, so wie sie dann auch individuell auf den Kunden zugeschnitten werden kann. Wenn Sie von Rezeptur sprechen, bleiben wir mal beim Bild des Kochens. Schmeckt denn das auch, was Sie da anrichten? Auch allen? Ja, die Frage, ob es schmeckt, liegt immer daran, habe ich Sie eigentlich gefragt, was Ihnen schmeckt. Das heißt, eine konsequente Kundenorientierung oder Nachfrage, was denn tatsächlich, auf was Sie Lust haben, was brauchen Sie denn? Ich muss aber auch wissen, was sind dann möglicherweise die Rahmenbedingungen? Haben Sie eine Nahrungsmittelallergie, um vielleicht in diesem Bild mal zu bleiben? Gehen Sie zu zweit? Gehen Sie zu dritt essen? Was ist denn tatsächlich das, was wir Ihnen auftischen sollen? Und dann geht es darum, dass man frei von irgendwelchen Abhängigkeiten oder möglichen Abhängigkeiten tatsächlich eine Rezeptur findet. Also einmal auch zusammenstellen kann. Und jetzt kommt ein ganz entscheidendes Thema. Auch tatsächlich frei ist in der Wahl, wo ich die Zutaten einkaufe. Und nicht darauf beschränkt ist, dass man Ihnen nur das kocht, was im eigenen Garten wächst. Aber um im Bild zu bleiben, wie groß ist die Gefahr, dass es am Ende doch versalzen ist? Es muss das wahre Interesse da sein, dass ich sage, ich will Ihnen etwas Gutes kochen. Und dann muss ich mich für Sie interessieren. Und oftmals ist ja das, was heute Kundenorientierung nennt, mehr Schein als Sein. Insofern ist es eine Frage der Haltung. Auf der anderen Seite müssen aber auch Rahmenbedingungen stimmen. Ich spreche von nicht mehr zukunftsfähigen Arbeitsgesetzen, die uns heute täglich beschäftigen und auch wirklich in Probleme bringen. Ob das das Thema der Selbstständigen, der Freiberufler sind, ob das das nicht mehr differenzierte Thema der Arbeitnehmerüberlassung ist, wo schlicht und greifend sehr generell etwas geregelt wurde. Wir sprechen aber auch von Skills, von notwendigen Requalifizierungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen, wo wir nicht wissen, mit welcher Menge hier in Zukunft etwas auf uns zukommt. Ich spreche aber auch von Wertewandel. Das heißt, Arbeit unter einem neuen Kontext zu verstehen. Und wenn man Wertewandel betrachtet, dann geht es auch darum, auch seitens der Politik vielleicht eine neue Vision zu kreieren, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich in Zukunft leben wollen. Das hatten wir beim ersten oder bei der letzten Industrialisierung. Heute fehlt das gänzlich. Und ich zitiere gern Roman Herzog, der 1989 schon gesagt hat, wir müssen wissen, in welcher Gesellschaft wir im 21. Jahrhundert leben wollen. Abschließend. Wo geht aus Ihrer Sicht die Reise tatsächlich hin beim Thema Sourcing und Beschäftigung? Welches Zukunftsbild prägt der Handel? Nun, die zwei Ebenen, sprich Unternehmen und der Arbeitsmarkt, werden sich weiter nicht aufeinander zuentwickeln, sondern werden eigene Entwicklungen anstreben. Im Bereich des Arbeitsmarkts werden wir viel mehr Heterogenisierung erleben. Wir werden viel Flexibilisierung und auch Fragmentierung erleben über die Frage, wer will eigentlich noch wie lange arbeiten. Ich denke, hier braucht es in Zukunft eine Plattform, eine Plattform, die diese beiden Welten viel stärker und viel intelligenter auch miteinander verbindet, die als Adapter wirkt, als vielleicht auch jemand, der synchronisiert und diese in Einklang bringt. Wahrscheinlich wird es sich auch in Richtung eines Ecosystems entwickeln. Das heißt, ein intelligenter System, wo in Zukunft viel mehr Konzepte eine Rolle spielen, auch neue Sourcing-Konzepte und neue Sourcing-Quellen, da steht immer noch Agile-Sourcing drauf, aber es ist wesentlich mehr drin, als das, was wir heute mit unserem Agile-Sourcing-Haus auch adressieren. Das ist so unser Zukunftsbild, mit dem wir arbeiten bei CompuSafe, auch zusammen mit wissenschaftlichen Partnern, aber auch repräsentativ für unsere Branche im Senat der Wirtschaft Deutschlands. Rolf Kreis, vielen Dank für Ihren Blick aufs Business und wir sehen uns wieder bei der nächsten Business-Debate. Danke und auf Wiedersehen. Danke.